Und nun starten wir auf ins vierte Level von diesem Kapitel hier. Und zwar die Jedi-Schlacht. Das hört sich schon mal toll an. Jedi-Schlacht hört sich schön an. Überspringen! Oh, bitte! So. Oh, je. Okay. Ja, das ist diese Mission hier. Da müssen wir die Leute hier retten. Naja, das ist eigentlich nicht sehr schwer, aber... Naja, Geld verdienen können wir hier auch nicht so toll, aber... Sind wir jetzt der Lilane? Geil. Der Lilane ist cool. Also, ich weiß nicht, wie der heißt, aber... Oh, der ist uns gerade gestorben. Ich sag, oh, der Lilane ist cool. Oh, der stirbt uns weg. Das ist dann mal eine tolle Beweisstatistik, dass der halt cool ist. Dass der dann sofort stirbt. Das ist doch... Ja, jetzt retten wir, ist das Partner. Also, ich glaub, das ist die, oder? Oder? Das ist Partner, oder wie heißt die? Äh, ja. Auf zum zweiten Turm. Zu der zweiten Person, die wir retten müssen. Und, ja. Ja, erst mal ein bisschen Geld sammeln. Was haben wir hier? Ah, ne, das will ich nicht. Also, nö, nö, nö. Also, das brauche ich nicht, was da drin ist. Äh, äh. Ach, wir laufen rum. Oh, das da. Ja. Da. Das sind falsche Personen. Da haben wir diese komischen... Irgendwas hier. Aber jetzt beschießt uns hier alles. Oh Gott. Oh Gott. Ja, um Geld zu farmen, ist das wohl hier nicht das perfekte Level, weil hier stirbt man relativ oft. Und das... Ja, das ist nicht sehr praktisch, wenn man Geld farmen will. Ja. Deswegen sollte man, wenn man Geld haben will, ein anderes Level spielen. Zum Beispiel das erste... Oh, mein Herz, Herz. Oh, ich hab nur eins gekriegt. Oh. Da sind nur andere. Komm, Partner, oder wie auch immer du heißt. Ist es Partner? Ist es Partner? Äh. Ja, hab ich doch gesagt, ist Partner. Ja, hab ich doch erst mal richtig erkannt. Ja. Das ist schön. So, was haben wir noch hier? Ach so, ja. Wir müssen die hier erst mal ausschalten. Nein, wir schalten die erst mal ein. Einschalten ist besser. Geh mal da hinten hin. Zack. Hör weg. Oh, noch ein Tausender. Ein Tausender können wir immer gut gebrauchen. Und was ist das da? Weiß ich nicht. Machen wir das kaputt, Mann? Ihr möchtet das kaputt machen, ne? Ja, der hier mit seinem lilanen Schwert, ne? Das ist ja eigentlich nix für Jungs. Aber ja, sowas hat der Typ halt nun mal. Ja, der Typ, der steht irgendwie auf. Ja, ich weiß nicht. Entweder er wird zu oft beschossen oder der ist zu schlecht. Ne, wir machen das da. Da hoch gehen wir nicht. Da kriegt man eh noch diese Flugdinge. Oh, die will ich nicht sammeln, ne? Oh, fünf von diesen Viechern da. Ah, schaffen wir locker. Locker, locker. Oh. Ne, das will ich jetzt nicht kaputt schlagen, weil das war jetzt, ja, eine Bombe. Oh, das bringt Geld. Und, äh, ja. Au, au. Ja, das wollte ich auch nicht unbedingt. Oh. Gut, da sind noch, äh, Viecher. Sind das die richtigen? Weiß ich nicht. Aber, ein Versuch ist wert. Ne, die mit der roten Rüstung. Das sind die richtigen. Hier, der da zum Beispiel. Der ist richtig. Den müssen wir töten. Äh, wo sind auch richtige oder falsche? Falsche? Weiß ich nicht. Falsche ist eigentlich nicht, wo die sind. Aber, ne, ich weiß nicht, wo die richtigen sind. Die falschen laufen mir ja eigentlich hier die ganze Zeit durch den Bildschirm, ne? Da ist noch ein richtiger... Oh, du hast ein Herz verloren. Du hast ein Herz verloren. Oh, ich will das. Oh, jetzt hab ich nur ein Herz. Das ist aber verarscht hier. Ja, jetzt hab ich zwei. Und jetzt krieg ich mein drittes. So schön. Wo war denn das, der noch mit der Rüstung? Ja? So, jetzt haben wir alle getötet. Und wohin geht's jetzt? Ach, jetzt müssen wir noch wieder welche töten. Ja. Ganz toll. Ach, je. Da ist so ein Viech, so ein blaues Viech. Ich weiß ja nicht, was das ist. Und dann gibt's noch so eins. Ach so, wir müssen noch ein paar von den anderen. Und, ja. Auf die mit der Rüstung müssen wir noch achten. Ja, die müssen wir jagen und töten. Ach, jetzt sind wir direkt in der Bombe gerannt. Ja, das war ganz schlau. Ganz schlau, ne? Ja, dass du dann in der Bombe stirbst, das muss man ja... Ja. Das muss ja bekannt sein, dass man durch eine Bombe sterben kann, oder? Oder? Aber wo sind die Typen? Wo sind die? Ich frag mich grad ehrlich. Da ist einer. Ach, einen haben wir. Und da ist noch einer. Hallo, die sind alle hier in der Mitte. Was machen die hier? Was machen die in der Mitte? In der Mitte haben sie doch nichts verloren, oder? Oder haben sie da irgendwas verloren? Da ist noch einer. So. Einer von jedem brauchen wir noch. Ja, wo ist denn hier noch einer? Oh! Ah, ich renn schon wieder direkt in die Bombe rein. Boah, ey, was ist heute mit mir los? Ach, ich renn nur in die Bomben rein. Ach Gott. Ne. Das ist ja heute absolut nix für mich, ne? Also mit meinem Geld fahren wird wohl heute nix draus, ne? Weil ich nur in die Bomben laufe und dann kriegt man dadurch kein Geld, sondern verliert alles sofort wieder. Ja, das ist ja selber schuld, ist mein Inhalt. Ja. Jetzt guckt der zu. Ah, das war doch der von letztem Mal, oder? War das der? Ne? Von letztem Mal, oder? War das, glaub ich, oder? Ja, so. Also jetzt müssen wir gegen den Kämpf, ne? Also ja. Äh. Das ist wieder der Typ, aber manchmal kann der fliegen. Das ist... Äh, ja. So muss ich dann kontern und so muss ich den dann töten, ne? Das ist auch mal ne Sache für sich, aber ich kann ja auch so mit nem Schwert schlagen. Ja, aber ein bisschen schwerer, aber... Ne. Ach, Mann, Junge, jetzt hast du mich wieder getötet. Oh, du machst mich aber heute richtig, äh, wuschig. Weil jetzt mal richtig wild nach dir, also das richtig töten. Also nicht hier im perversen Sinne, sondern dass ich dich töten will. So. Also du musst aber sterben, weil du hast mir jetzt so viel Geld abgeknöpft. Also da kenne ich irgendwie keine Gnade, weil wer mir Geld abknöpft, der, der muss sterben. Ich mag Geld und deswegen müssen sie leider sterben, weil... Aua, was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt hast du eine Bombe da gesprengt. Ja, ganz toll. Dafür hab ich dir jetzt den Kopf abgehackt. Ja. So, gut. Ha, ha, der hat verloren. Oh, Mann, nicht wegrennen. Oh, Mann, du bist aber doof. Da hast du Meister Yoda. Ja, das ist Meister Yoda, der da steht. Der grüne Typ. Oh, er ist tot. Ach, da hast du aber Pech gehabt, ne? Da hast du Pech gehabt, dass er tot ist. Wen haben wir freigeschaltet? Mace Window heißt der. Padme gekratzt. Gekratzt. Was ist denn gekratzt? Na, 0%. Wir haben gar kein Geld gesammelt, oder? Doch. Ganz, ganz wenig. Ja, das ist echt nix zum Gatefarmen. Also, da stirbt man schon so oft. Boah. Da haben wir genau 148.000 für Lego-Stein-Gate-Dinger. Ja, also das war jetzt auch mal wieder ein interessantes Level. War eigentlich gut her vom Kämpfen. Solche Level mag ich, aber vom Gatefarmen her war das Level jetzt nix für mich, ne? Weil ich möchte immer Geld haben, aber... Ja, das hat man da in dem Level jetzt nicht gekriegt. Das war Level 4. Und im nächsten Part sind wir dann in der Kanonenboot-Kavallerie. Also, die machen wir dann. Und dann haben wir nur noch, ja, Part 6. Und dann haben wir dieses Kapitel auch schon wieder beendet.